In der Podologie-Praxis von Annette Garbe stehen ihre Füße und damit verbunden ihr Wohlbefinden an erster Stelle. Die Füße werden schnell vergessen und ihre Pflege vernachlässigt. Da wir uns aber den ganzen Tag auf ihnen bewegen und sie für unsere Balance brauchen, sollten wir unsere Füße gut pflegen und ihre Gesundheit stets im Auge behalten. Unsere Podologin Annette Garbe kümmert sich in Ronnenberg und Hannover um die Fußgesundheit aller Altersklassen. In einer ausführlichen Beratung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen, wie wir Ihren Füßen etwas Gutes tun können. Denn schließlich können wir auch vorbeugend viel für Ihre Gesundheit tun. Aber auch bei Nagelpilzinfektionen, Fußdeformitäten oder bei Hornhautleiden finden wir die passende Lösung für Sie. Dabei können Sie sich nicht nur auf eine fachkundige medizinische Behandlung verlassen, sondern sich auch auf ein hervorragendes kosmetisches Ergebnis freuen. Gerne begeistern wir auch Sie mit einer individuell abgestimmten Pflegebehandlung in unserer podologischen Praxis. Gerne begeistern wir auch Sie mit einer individuellen Behandlung verlassen, aber auch Sie mit einer individuellen Behandlung verlassen können Sie mit einer individuellen Behandlung verlassen.